Der europäische Flugzeugbauer Airbus hat sich einen Rekordauftrag über 500 Flugzeuge vom Typ A320 gesichert. Die indische Fluggesellschaft Indigo bestellte nach Angaben beider Seiten die Maschinen bei der weltgrößten Luftfahrtmesse im französischen Le Bourget. Airbus Chevoury sagte, das sei der größte Einzelauftrag in der Geschichte der zivilen Luftfahrt. Der Listenpreis für die Bestellung beträgt mehr als 50 Milliarden Euro.